Was ist eigentlich dran an dem Spruch? Die erste Maschine verkauft der Vertrieb, alle weiteren der Service. Wie viel Einfluss hat die Kundenbetreuung, Wartung und Instandhaltung von Maschinen und wie unterscheiden sich die Guten von den Besten unter den Anbietern? Tatsache ist, dass heutige Spritzgießmaschinen komplexer sind als jemals zuvor. Jeder einzelne von ihnen besteht aus tausenden von Einzelteilen und die Entwicklung dauert, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt, viele Jahre. Dabei ist es entscheidend, das Servicekonzept für jede Maschine von Anfang an mit zu berücksichtigen. Die Wartung und Instandhaltung, Ersatzteilversorgung und Zuverlässigkeit der Maschine über die Jahre hängen maßgeblich davon ab, wie gründlich sie in die Entwicklung und Konstruktion der Maschine eingeflossen sind. Der perfekte Service gelingt nur dem, der nicht nur eine perfekte Maschine konstruiert und baut, sondern den Alltag in der Spritzgießerei kennt. Dazu gehört heute auch digitaler Service. Online-Applikationen, vorausschauende Wartung und vorsorgliche Ersatzteilbereitstellung sind nur drei der vielen Beispiele. Guten Service bietet nur der, der den Kunden versteht. Schnelle Hilfe, wenn es darauf ankommt, das erwarten zehn von zehn Kunden. Darum, ja, die erste Maschine verkauft der Vertrieb. Bei allen weiteren hilft der perfekte Service. Untertitelung des ZDF für funk, 2017